Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Mongonziakum von Infrakta und ich bin den Brokkolibob. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Aber was ich weiß ist, ich habe quasi das Gemüsewochenende beim Infrakta Games Archiv, weil ich einen Beta-Key gekriegt habe für ein Spiel namens The Walking Vegetables. Das habe ich dann vorhin gespielt, da durfte ich auf Brokkoli schießen. Und da habe ich mir gedacht, komm, wenn ich schon Gemüsespiele mache, dann gucke ich mal, was ich noch so in meinem Steam-Account finden kann, was mit Gemüse zu tun hat. Dann habe ich Brokkolibob entdeckt. Wäre ohnehin demnächst drangekommen, wenn ich wieder drangehe, für das Infrakta Games Archiv Spiele zu spielen, von A bis Z. Da es mit B anfängt und dementsprechend wäre es früher oder später, also wäre es so demnächst drangekommen. Schauen wir mal, was das ist. Es hat jetzt direkt mal einen schlechten Ersteindruck bei mir gemacht, weil wie ich mit Vollbild spielen wollte, ist es zweimal gecrashed. Jetzt habe ich es mal in so einem Fenstermodus gestartet. Bis dato läuft es mit. Klopf auf Holz. H-Options. Sehr gut. Machen wir mal den hier. Ah ja. Sehr viel angenehmer. So. Viel besser. Ja. Level Select. Das ist schon wieder ziemlich gruselig, oder? Dieser Brokkoli sieht schon ziemlich böse aus. Ich glaube nicht, dass Brokkolibob ein netter Brokkoli ist. Für mich sieht er wie ein gemeiner Brokkoli aus. Na, der guckt aber richtig cremig. Aber vom Level Design ist das ganz hübsch gezeichnet. Okay, warte mal. Okay, entweder mit A und D oder mit links und rechts Pfeil. Auf andere reagiert er nicht. Aha, auf Leertage dürfte er. Hm. Scheint ein Plattform Jump'n'Run zu sein. Aha, es gibt Double Jump. Also der Pilz ist mal richtig schön gezeichnet. Der Fliegenpilz hat ja große. Das hat was vom klassischen Mario. Äh, Grab the Coins. Hm. Aha, durch Draufhüpfen macht man Käfer kaputt. Das sah aus wie Nashornkäfer. Irgendwie hängt es. Warum hängt das jetzt? Jetzt hängt es jetzt mehr. Ah, das war mein Virenscanner, der gerade eben der Meinung war. Ihr müsst jetzt mehr mitteilen. Jawoll. Das ist ein Spiel. Kein, keine Malware, kein irgendwas, Virus, kein Trojaner. Es ist ein Spiel. Ja, danke lieber Virenscanner. Diese Style-Passage. Ich bin noch kein Hamburger. Diese Style-Passage. Ich bin noch kein Hamburger. Diese Style-Passage. Leben zusätzlicher. Ich weiß es, ne? Ich weiß es, ne? Der links war, da ging es noch hoch. Also, musikalisch ist das auch ganz hübsch gemacht. Ne, mehrfach Jump geht nicht. Hm. Aber der weigert sich auch zu rennen. Warum rennen? Ach, guck mal an. Was ist denn das? Okay. Okay. Gib dir doch mal Mühe, du fauler Brokkoli. Ja, ist okay doch. Nein! So. Okay doch. Großer, böser Brokkoli. Wobei ich sagen muss, ich werde das Gefühl nicht los, dass es sich als Zielgruppe dann doch eher an Kinder richtet. Jetzt ist er weggebeamt worden. Pokkoli beam. Der Pokkoli-Transporter. Ab in die Suppenküche. Ach Gott. Hier hüpft man. Auf was hüpfe ich denn da rum? Das ist ja so wie eine Art Pilze, oder? Oh, 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 oh. Alter, 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 alter. Runtergeglitscht. Okay, da geht es nicht mehr weiter runter. Gott. Ja, muss man auch immer erstmal rausfinden. Das ist aber auch ein Klassiker, oder? Dass man in Jump'n'Runs auf die Gegner drauf springt. Ja, zu kurz. Tot. Matschiger Brokkoli. Nur stelle ich mir das jetzt irgendwie schwierig vor. Auf so einer kleinen Fläche genug Schwung zu holen. Wow. Okay. Das sieht aber nicht gut aus. Das sieht irgendwie tödlich aus. Ja, das ist so eine Mine gewesen. Oder sowas. Woll. Wir haben... Was auch immer. Vielleicht ist ja so eine Art Zwischenspeicher-Dings. Kriege ich eigentlich Punkte? Ah ja, ich kriege 100 Punkte. Okay, warte mal, ich renne wieder. Was immer das auch bringt, gell? Oh, und Goblin oder irgendwie sowas. Ich weiß es, ne? Ei, 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 ei. Ah, da bringt draufhüpfen auch was. keine ahnung was ich da jetzt eingesammelt hab ich glaube das ist level ende dieses licht am ende des tunnels das war auch eine glanzleistung da muss man schon fast ein bisschen aufpassen ok da kommt man ja drauf und das ist nur hintergrunddeko ja das muss man auch erst da muss man nicht aufpassen dass meine zu weit springt ob das das missionsziel ist ich muss diese daneben gesprungen diese diese heute dingsbums einsammeln habe ich vor das level vielleicht gar nicht beenden kann warum sehen die bösen eigentlich aus wie eine art goblin 11 11 kreuzung aus world of warcraft bloß mit gepiersten ohren also ohren piercing steht für schurken wieder was gelernt das merke ich wenn ich nichts beim bahnhof bin ich sehe da einen mit gepiersten ohren dann springe ich ihm direkt auf den kopf der freut sich bestimmt da bitte gucken wir erst mal das war die mine ich habe mich erst noch voll gefreut irgendwas lilanes ane das ist gar kein panda gesicht fröhliches das ist ein totenschädel grüne münzen bringen viele kleine goldene münzen wenn der progeli vom blitz getroffen wird dann ist alles gut ich finde das gemein dass diese fels in fels dinge da aussehen als ob man drauf springen könnte das hat was von diesen schwebenden bergen felsen das avatar oder toll exzellent daneben gesprungen auch eine glanzleistung das ist auf dauer ist sowas immer finde ich fürchtlich anstrengend mausen tastatur das ist so ungenau früher oder später kriegt man immer so ein bisschen leicht krampf weg in die in die linke hand wenn man hier mit wie heißt die in leertaste spielt wo man sich dann denkt so vielleicht kaufen wir doch bei glingert mal so ein controller auf der anderen seite ich bin ja ganz dankbar dass es überhaupt maustastatur also gut maus jetzt nicht aber tastatur ja gut die tastatur die maus wird schon angezeigt aber ich kann nichts mitmachen weißt du was drauf geschissen ich brauche jetzt noch mal nicht noch mal das ist so ungenau das ist frustrierend was mit dem dicken der einsprung gut ja gut wenn ich ein brokkoli wäre und müsste hier ganzen tag auf irgendwelchen kleinen inseln herumhüpfen irgendwas einzusammeln da wäre ich wahrscheinlich auch so miese petrick drauf ach guck an ich hab's mir gedacht ich kann hier gar nicht das beenden wenn ich das an der dingsbums dann nicht habe ach wie ätzend na gut dann gucken wir dass wir das doch noch irgendwie einsacken hey das gibt's doch nicht ich kann jetzt nicht schon zum dritten mal daneben gefallen sein so jetzt ist das aufweg jetzt nervt das nicht mehr jawoll das war schon von der das war schon von der wahrscheinlichkeitsbrechung die stochastik hätten mir lehrt doch schon dass spätestens jetzt hätte ich ja schon aus aus zufall aus versehe schon drauf blumsen müsse es gibt mir eine zeige jetzt weiß ich warum der so böse aus der weg kommt ah das ist das licht mit blitz das ist zwischenspeichern gedöhnt also man übersteuert hier wahnsinnig schnell und hüpft dann aus der sehen irgendwo runter nein 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 ist doch nicht wahr das darf auch kein gehzorniges kind spielen rock zack fliegen die bauklätze des kinderzimmer ich esse nicht wieder broccoli ich hasse broccoli scheiß gemüse so jawoll finally broccoli bob arrived super unglaublich so jetzt regnet dann noch herder weg ist das gut für die probleme bleibt doch grün toll da war eine mine versteckt wie heimtückig ist das eigentlich bitte es ist doch nicht wahr es ist so ungenau also oder so was ist das für ein regen was ein geräusch haben die denn dafür das ist doch assig für den regen genommen das hat sich nicht nach regen an sondern nach so einem störrauschen da muss ja jemand aber nochmal an seinen sound files arbeiten halbmoppelche platt gar mehr du gepierst der schurke aber die keule ist cool die er hat oder sieht ein bisschen aus wie ein riesen tanzapfen ich verhau dich mit meinem tanzapfen na ma Heritage ich hasse das jump und rums mit so inselschei und dann eine etwas schwammigen steuerung Gott, an dieser Stelle würde ich sagen, haben wir genug gesehen von dem Spiel. Ja, ja. Ich glaube, ich habe aber diesmal wenigstens die Mine nicht erwischt. Das ist doch nicht wahr jetzt. Toll, diesmal habe ich nicht mal die Mine... Ey, komm. Nee, komm. Ist gut. Ja. Hauptmenü. Ist in Ordnung. Okay, jetzt ist er tot oder schläft. Könnte beides sein. Also diese X sind eigentlich immer für tot und diese Z für er schläft. Okay, er ist klinisch tot. Egal. Okay, Broccoli Bob. Infarkt der Games Archive. Hauptmodus. So, was für ein Spiel ist Broccoli? Wir wissen jetzt, dass es das Spiel Broccoli Bob gibt. Muss ich an dieser Stelle sagen, ich hätte auch gut ohne das Wissen weiterleben können. Aber sei es drum. Wir wissen jetzt, was Broccoli Bob für ein Spiel ist. Es ist ein ganz klassisches Plattform-Jump'n'Run. Da erfindet es kein Rad neu. Dafür ist es ganz intuitiv, relativ schnell zu verstehen. Wir hüpfen auf irgendwelche Sachen rum, sammeln Münzen ein. Da kennen wir also Mario. Oder von Sonic. Den zwei meiner Meinung nach großen Vertretern dieses Genres. Wir wissen jetzt, wie es aussieht. Da bin ich, das finde ich ganz faszinierend, muss ich sagen. Der Hintergrund, hier mit dem Pilz, mit den Bäumen und so, das sieht richtig hübsch aus. Das sieht aus wie aus so einem Krims-Märchenbuch irgendwie illustriert. Also das ist wirklich hübsch. Aber der Broccoli, der sieht aus, als ob einer mit Microsoft Paint, wie ist das Microsoft Paint? Also mit irgendeinem 0815-Dingsprogramm in der Mittagspause zusammengepinselt hätte. Der ist sowohl vom Modell, wie auch von der Textur, passt der überhaupt nicht zum Hintergrund. Also das beißt sich, finde ich. Also entweder hat man dann den Broccoli ein bisschen hübscher machen sollen, oder man den Hintergrund aussehen lassen soll, als ob es ein Kind mit Wasserfarben malt. Aber so, finde ich, passt das gar nicht zusammen. Das finde ich störend. Also dann hätte man den Broccoli ruhig noch ein bisschen überarbeiten können, dass er ein bisschen ansehnlicher aussieht, sodass er besser zum Hintergrund passt. Vom Level-Design finde ich es okay. Das finde ich jetzt, was ich, gut, ich habe jetzt auch nur die ersten Level aushalten können. Das fand ich jetzt nicht übertrieben schwer. Es ist jetzt aber auch nichts Aufwendiges, ja. Es ist, da haben sie auch irgendwie sich keinen abgebrochen, aber es ist in Ordnung. Es ist noch an der Grenze von Nofair. Was es ein bisschen ätzend macht, das ist die Steuerung. Die ist ein bisschen ungenau, finde ich, oder übersteuert relativ leicht. Wirklich schwammig würde ich es nicht mal bezeichnen. Es ist nur ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie weit springt der jetzt und wie weit nicht. Also das so ein bisschen, das Gefühl dafür zu finden, wohin springt mein Broccoli. Ich finde diesen Satz an sich schon so falsch. Egal. Ich würde sagen, gut und von der Musik, dafür gehört jemand verhauen. Das ist Fahrstuhlmusik, par excellence, aber sei es drum. Ach stimmt, die Soundfalls fand ich soweit okay. Bloß das Regengeräusch hat sich für mich nach Störrauschen angehört. Da sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Also grundsätzlich ragt Broccoli Bob für mich jetzt nicht aus diesem Genre. irgendwie heraus. Was die Optik angeht, wie gesagt, bin ich hin und hergerissen. Hintergrund schön, Bob kaka. Ich behaupte einfach mal, das Zielpublikum ist eher sehr junge Spieler oder Spieler, die einfach gestrickt sind an einfachen Dingen im Leben ihrer Freund. Wenn es Dings ist jetzt hier nicht weiter zu erkennen, aber kann man ja mal testen, ob das mit dem Controller spielbar ist. Gut, das ist ohnehin bei einem Jump'n'Run Querstich-Plattform-Spiel eh immer zu überlegen, wenn man so ein Genre wirklich gerne spielt, ob sich das nicht lohnt, einen Xbox-Controller anzuschaffen oder auch irgendeinen anderen Windows-kompatiblen Controller. Das ist ja letztlich wurscht. Wie gesagt, die Tastaturbelegung und Steuerung mit der Tastatur ist so ein bisschen und vor allem ist auf Dauer es geht wirklich ins Handgelenk. Es krampft so ein bisschen. Ich glaube, wenn man da fünf, sechs Level spielt, kriegt man früher der Spieler so einen leichten Tennisarm. Wie heißt das? Wenn man so richtig so im Handgelenk richtig schmerzt, ich glaube, Tennisarm tut der glaube ich im Ellbogen wie, oder? Ich weiß gerade genau. Naja, wie auch immer. Sagen wir es mal so, wenn das jetzt eine Beilage gewesen wäre, der Steam-Code wäre eine Beilage gewesen, irgendwie in so einer Kellogg's-Packung, so Crunchchips, nee, wie heißen denn? Crunchchips sind Chips, Kartoffelchips. Wie heißen denn diese Kellogg's? Frühstücksflocken-Zeug, ich esse sowas nicht. Also, wenn ich Puchen-Zucker essen will, dann kaufe ich mir Zucker, das ist billiger. Cornflakes sind einfach nur diese Mais-Dinger. Die kaufe ich tatsächlich, diese ungesüßten ab und zu für die hier Dingsbums zu machen, so Choco-Crossis, wie die heißen selbst zu machen, hier mit Chocolat, die man schmilzt und dann so, ich könnte mal ein Weihnachts-Special mal ein Plätzchen und Knusperzeug selber machen. Der Infarkter kocht wieder. Egal. Ja, ihr wisst aber, was ich meine hier, so diese Zucker-Zeugs, was sehr verantwortungsvolle Eltern ihren Kindern morgens als Frühstück auf den Tisch stellen. Ja, ihr wisst was ich meine. Auf jeden Fall, es wird mich ja nicht weiter wundern. Es ist jetzt, es ist okay, es ist in Ordnung. Es ist, wie gesagt, die Gestaltung, die Musik, der Name, die Verwendung von dem Brokkoli. Wobei andererseits, ich kenne kaum Kind, das Gemüse gerne isst und vor allem Brokkoli. Vielleicht ist das so was, ist das vielleicht was Sadistisches. Deshalb guckt er so böse. Kinder hassen Brokkoli, der Brokkoli Bob guckt böse. Das verstärkt noch den Hass auf Gemüse und dann lassen man so richtig schön ab und zu in den Abgrund stürzen oder verprügeln von dem gepiersten Elf-Knomen-Mischling. Ich weiß es nicht. Wie auch immer, ich würde sagen, ich zockele weiter ins nächste Spiel in der Heiligen Mission des Infractor Games Archiv. Ich wünsche euch was. Wenn ihr noch Anmerkungen, Fragen habt zu Brokkoli Bob, ich stehe da natürlich gerne bei beiden zur Verfügung. Brokkoli an sich kann ich übrigens sehr empfehlen. Sehr leckeres Gemüse. Ich persönlich bevorzuge den vor allem in so Asia-Pfannen mit dazu schön anderes Gemüse, Pilz und so. Sehr lecker. Muss man sich nicht so anstellen. Gesund ist es glaube ich auch. Weiß ich nicht. Ich neige dazu Essen aufzustellen, dann noch an die PC zu gehen, ein Video zu machen. Irgendwann habe ich Hunger und dann finde ich irgendwas knuspriges in der Pfanne wieder vor. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das da noch wirklich Sonn ist, aber es ist knusprig. So, ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschööö. Bis zum nächsten Mal.